Moin Leute das Video ist aber willkommen zu einem neuen Video und heute checken wir mal in Fortnite die Season 9 aus heute rausgekommen und ähm ich schätze mal das Thema Roboter habe ich schon gehört Let's go in Battle Royale Mal schauen Werden mir auch Battle Pass holen Besteht fest wird mit euch das auschecken Oh Trailer Trailer Oh und Ben und eine Banane gehen rein Ich hab Vulkane Ich hab's in eine Bunker rein Aha Alter Zukunft Das sieht ja geil aus Jetzt machen sie einen Haken Deine Banane macht Fitness Das sieht so blöd aus Ah Hörbürger abfließen Geil Was gibt's im Kühlschrank? Was ist das? Gar nichts lol Aha Oh oh Was ist das? Ein Roboter Ah Achso Ah Jetzt weiß ich was das denn ist Das ist anscheinend ein Ben der irgendwie alt geworden ist oder so Ein alter Ben ist das Roboter ist da Zukunftsstart Zukunftsstart Ich glaub das ist das Tiltz Zukunftsstart Ich glaub das ist das Tiltz Dortreichs ist neu Alter schon mal episch Digga Richtig krass Oh mein Gott der Hintergrund ist krank Fortbyte Was ist Fortbyte? Um das Geheimnis zu entschlüsseln Dankeschön Des Kaufs Season 8 Was Persönliche EP-Boost Alter Ihre Ehre beginnt Junge was ist das? Das sieht irgendwie kacke aus Muss ich zugeben Aha Der entwickelt sich Okay Ah der Spin ist geil Erntenhacker Muss kurz alles durchgehen Leute Turbo Trall Boah Bunkert schauen sie Der ist wie Obdachloser No hate jetzt aber Boah Boah sieht okay aus Ja Gackerschaft Warte packen Huhn Zukunft Roboter Tier ist es Kennt ihr diesen Spielzeug und an den erinnert mich dieses dieses Roboter Spielzeug und Dings Ja Ballert Ballert Frisbee Dann gibt's Vega Hört sich an wie eine Grafikkarte von AMD Vega Erkennt sie nicht Ja Ja Okay Box Ja Knallt Afterburner He Weil sie an wie Wie so ein Programm von MSI Victory Royale Schild werde Aha Ah den Kenne ich Reaktiv Den feier ich Also ich feier den über alles Raffinierte Wurfscheibe Das ist glaubst du eine andere Version von der Frisbee Rächer Boah Thema Roboter am Start Blitzschlag Ja okay Knallt Demi Kann man machen Ist nichts besonderes aber Kann man so machen Sturm Ja Was ist das für eine Schrotflinte Ja Haben sie die Modelle geändert Lockerer Schaffel Okay Bruder Ich komm grad nicht auf mein Leben Na klar Was ist das alter Auch Geil Neowelt Vendetta Ist es dieser Roboter der Typ da Ach das ist der Okay ja So So Hm Ich weiß nicht was ich von dem Skin halten soll Alter sieht der Baba aus Ich finde ihn ein bisschen zu simpel Was ist das Boah das sieht ja Fett sein Vater aus Junge Boah ja Erwerben Und so alle Ich kaufe mir natürlich einen günstigen Erwerben Ja Battlepass aufgerüstet Geil Boah Boah Ich rüste erstmal hier was aus Junge Aber komplett Muss mein Favorit machen hier Bruder Was das für ein Battlepass Die erste Stufe muss ich zugeben Sieht scheiße aus Also da hätte ich mir aber Die sieht kacke aus Sieht einfach aus wie Das ist ein Roboter Vogel Lol Die zweite sieht aber schon krank aus Sieht knallt Die knallt Ne die knallt hart Keine Ahnung was ich dazu sagen soll Junge Heftig 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 Neonröhre Erntehacker Was das soll ein Erntewerkzeug sein Reischaltbare Stile Hä Wie soll man mit diesen zwei Hack Dings hacken Junge Ich weiß nicht soll ich den Skin hier auswählen Schon mal so ein Ja Knallt Aber ich bin natürlich Robomarf Leute Das wisst ihr Beziehungsweise Cyborg Ich bin ein Cyborg Ich muss ähm Natürlich ein Roboter Skin hier nehmen Weil ich habe ja diesen Aim Roboter nicht freigeschaltet Boah knallt 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 So Wir sind auf jeden Fall typisch aus wie so ein Roboter ne Also Schweren kann man sich da wohl eher weniger Aber ganz dezent ganz wenig Junge Munition Ja passt so Wird sagen Gleich sehen wir uns in einem Match Aha Leute So sieht es hier anscheinend aus Digga das haben sie jetzt auch geändert Keine Ahnung wieso das so lags Und mein Grafgarstellung soll es eigentlich nicht liegen Busfahrer bedanken Alles klar Junge Megamall Was ist Megamall Und was ist Neo Tilded Ich gehe mal nach Neo Tilded Ich weiß ich werde sofort sterben Weil hier wahrscheinlich wieder alle Schwitzer hingehen Es ist halt ein neues Tilded Towers glaube ich Alter Heftig Du sah erst mal schwitzen alter Jetzt wird es geschwitzt Aber so richtig Leute So richtig in der neuestigen Erst gleich mal Ein bisschen schwitzen Ich mein es kann ja nie schaden Die Munition haben sie auch geändert Weil die war davor ein bisschen langsamer Das ist ein Dürrbürger Der ist im Moment ja noch so verpixelt Oder nicht Oder so eckig kalt Wieso lag das Junge Wieso lag das so hart Alter Junge Das ist ja nicht mehr normal Wie sieht jetzt bitteschön Tilded aus Ach du scheiße Das ist der Big Ben Tower Aus voraus Äh aus Aus dem alten Tilded Towers Wollte grad schon sagen Aus Fortnite Hab ich mir grad schon vorgebracht Ja der Coe hat schon ein Hit alter Aha Ich muss kurz Graf einstellen Ey definitiv Ein bisschen runter aufstellen Und sonst legt es hier sowieso Es legt immer noch wahrscheinlich Junge mit meinem neuen PC Hm Vielleicht haben sie jetzt irgendwie Ich glaub es ist immer nach einem Update so dass die Performance noch nicht so krass ist Neu grad die Granaten sind wieder zurück Die alten Ich glaub die waren weg Erstmal Erstmal Aha Boah Boah Kranke Scheiße Leute Hartkranke Scheiße Wie sie grad in Fortnite abgeht Was ich hab ihm doch so gute Hits gedrückt Erstmal den ersten im Arsch gefickt So richtig halt im Arsch gefickt Ah Leute hier ne neue Schrotflinte Das war dann scheitern die Pappgarten die neue Jetzt verurschte ich das ganze So Leute jetzt sind wir auch schon in der Lobby wieder Hat grad ein bisschen gedauert bin ich die einer da eingeladen Und die auch gejoint sind Ich hab ja ein Games als Leute gemacht Und äh Wurde sagen lass mal nach Retail gehen Nach dem neuen Mega-Wall Wie lange hat die ganze Zeit diesen Sound Es legt wieso auch immer Obwohl ich nen kranken PC da hab Nein, das war ein Look at my Spitzsacke Das ist immer bei der neuen Season glaub so wenn die rauskommt Look at my Spitzsacke 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 Na den Englisch hier Äh ja da musst du eh irgendwann auch machen Mega Vor allem voll geil dass sie jetzt eine Orange Justice Banane rein Äh die Musik hat Meinsicht So Leute wir landen jetzt in Retail Beziehungsweise zu dem neuen Mega-Wall Ich war ja grad schon enttildet Hab ein bisschen reingeschwitzt Hab aber verkackt wie immer halt Wir sind nun grad wieder Und äh ja Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu dem neuen Retail Mal gucken wie das so aussieht Hoffentlich auch geil By the way jetzt gibt's auch diese Ringe da Toll erstmal verreckt Geil Äh Ah was ist das hier für ein Loch hier wo man durchgehen kann Und reinfliegen kann Das klingt wieder so falsch Seht doch was da falsch ist Vor allem dieser Bart ne von diesem Skin Also das hat sich fast nicht verändert Treetail Nur das jetzt Dahinten so ein bisschen moderner ist So in Richtung Zukunft Aber viele Häuser sind immer noch gleich Am I ready Tracer What about with a Mecca Am I ready with a Mecca Ah Boom Jetzt gibt's auch einen neuen Fernseher hier Alles ist neu Die sind doch nicht so gleich wie ich dachte Kühlschrank mit Display Banane kann man hier auswählen Oder Käse Was Zeig Was Oder zeig Das steht auf dem Bildschirm so Steak Banane Käse Minus 10 Grad ist es da anscheinend Das Kühlschrank Jo So voll nice Jo So voll nice Jo Sogar die Schränke Sogar die Schränke haben Elektronik Sogar die Ben Sogar die Ben Äh ich glaub wir sind jetzt Ich schätze jetzt mal so 40 Jahre oder so Oder 50 Jahre in der Zukunft vom eigentlichen Vornheit Von 60 A Weil man hat ja gesehen, der Ben ist ja gealtert Der Ben der ist ja äh jetzt Warte warte komm ich mir kommen zu mir Ja warte kommst du mir dann können wir dann äh können so ein Zuschauer So Leute ist ah ein Trump-Gun am Start Jetzt wird hart gefägt alter Jetzt wird ein bisschen Komm zu mir dann können wir den Ja zeig mal Jo Du musst dir immer die Toilette zeigen Ja ich schal's aus Ist ja richtig wie ein Haus Wieso auch immer ist hier wieder lag Ah hier kann man Autos kaufen Ist das ein Autoladen oder? Auf jeden Fall Ey das sind RGB Streifen an der Kette hier An dieser äh Rolltreppe Jo Jo wie die Pump auch aussieht ne Ja das ist ja ne neue Richtig Richtig scheiße Zeig mal Das ist keine Pump Das ist ne andere Pump gun als die normale Das ist nicht die normale Das ist ne blaue Das ist ne blaue Guck Das ist ne blaue Ne das ist ne Kampfschrotflinte Das ist halt Kampfschrotflinte Ja Das ist ne andere Achso Dann schieß mal damit Schieß mal damit Schieß mal damit Was Der kommt einfach von hinten Der Attacker Den hab ich vorhin gehört Leute jetzt wisst ihr wen ich vorhin gehört hab Das ist auch immer der sich teleportiert Loll sogar Rolltreppen Wie nice Ja das hab ich ja vorher gesagt Ein Gangster Oh Ja Lauren Decker in Fortnite Ah Schuh Guck dir mal Guck dir mal mein schönes Kind an Hier gibt's Kappel da Kappenladen Da wird sich auf jeden Fall Wie heißt der Typ jetzt nur mal der eine da Äh Fix Dricks Ne Ah ja Dancer Ah ja Games zocken Schade dass man es nicht wirklich zocken kann Wart mal Hahaha Will jemand Schrengarn haben Dedeede Ja Ja warte mal Ja bitte gib Gib her Los Hahaha Yoshi meine Yoshi das ist Yoshi Ah jetzt hab ich auch diese neue Pumpgarn Da wollen aber noch ein Munitionskasten Bei mir kommen Gegner Kommt dann bitte alle zu mir Bei mir sind Gegner Ich habe die ist voll scheiße Die hat nur zu 70 Schaden oder sowas Aber gibt's jetzt auch noch die normale Pumpgun Warte mal wo ist er Ah ich sehe welche das sind mehrere Zeig ich doch Yoshi bleibt hier drin Oh mein Gott Schmeidig Bei mir auch Junge Bei mir ist gar nicht Schlotz Was Komm mal Ja He- Alter F- A few Moments Later Die fallen alle runter Hallo was sind das für Dullis Ja das sind alle Tanki Spieler So eine Scheiße So eine Scheiße Der get knocked bei mir ne Die neue Stoffelte ist so kacke Die neue Stoffelte ist so kacke Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die vernichtet einfach 4 Kills Na hol die schnell die Dinge Jetzt hol mal eine Karte Oh mein Gott Jetzt chill doch Und bei die Karten schnell Du kannst nämlich beide gleichzeitig einschließen Ja ich weiß Hab hier bei euch auch gemacht So Oh mein Gott Alter ich bin grad so Alter Ganz kurz wir mussten nicht kurz hier Aber scheier dass die neue die alte Pump gar nicht mehr gibt Die gescheite Pumpgun Ab die Pumpgun ist halt ein Kompromiss zwischen der normalen Pumpgun Und der Tech Pumpgun Also der auch Ne jetzt sagt ich da kommen wir Äh geht euch mal den Loot bitte selber holen Der liegt da hinten Wo? Da könnte er hingehen Ich schwöre euch dieser Scan bringt einfach Glück Guck mal da spiele ich schon als Penner und schon gibt es mal Glück Guck Guck das hätte ich mir grad so Warte Die Spiele da fällt die Ja hast du mir hast du mir hast du ein bisschen Sturmgewehr Munition oder ein bisschen Puppgamoni Äh komm her Wann komm her Wann komm noch Gib alles zurück Wann wir dann Wann wir dann Wann wir dann Wann wir dann Ja aber er soll aber erst erst stellt sich nämlich genau Und dann Wann wir dann Wann wir dann Ich hab du sieben Schuss Achso ja warte komm noch mal her Ich hab selber nicht so viel Oh Genau da lag noch was Genau da lag noch was Jo aber übelst nice wie die jetzt alles umgestellt haben ne Und ich übel Digga wenn ihr jetzt den Elpelchen holt Das wärs ich schwöre Den holen wir auch kommt Jungs den holen wir Jo wahrscheinlich Digga Ja da ist ein Uwe Oh der knallt mich wieder ab Wieso ist er denn in der Reis Jo mach mit Digga Der ist ja drinnen den kriegst du das Da ist auch noch einer mit dem Baller Ja Ich bin ein bisschen safe Ich bin ein bisschen safe Die haben eine Sturmgewehr Weil wir sind jetzt Wir sind schon Wir sind jetzt schon In den Top 10 Also so viel ist schon mal gut Was wir das so viel ausgeben ne Wie gesagt Das Kind ist so nice ne Hallo Sind die beide werken Hat jemand die gekillt Jo sie hat mega Schlechte Waffen Kommt ihr Ja Slack wieder Hier ist es geil Irgendwo her ist nett Ja 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 Häalon Deswegen Ja 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 Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaffen das! Was? Wahrscheinlich, Junge. Ja, ja, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, Junge. Ja, genau! Hilft dir auch. Ja, ja. Was? So, Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo hierhin drauf. Wird sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, eure Salve und ciao! Ciao!